Hallo, mein Name ist Simon und ich bin 16 Jahre alt, ich bin aus Bayern und ich spiele schon seit 2 Jahren Gitarre. Dann habe ich ein Jahr aufgehört, weil ich irgendwie die Lust nicht gefunden habe. Dann habe ich aber wieder angefangen, weil ich gemerkt habe, dass die Gitarre das coolste Instrument ist. Vor allem, wenn ich von der Schule ankomme und der Tag war stressig, spiele ich mit der Gitarre, dann chillt das nie runter, dann bin ich wieder gechillt und kann wieder klar denken. Oder auch wenn ich halt wütend bin, dann habe ich keinen Boxersack, sondern nehme ich die Gitarre und da spiele ich meine Wut aus. Die Gitarre ist halt auch flexibel, ich kann es wieder hinnehmen, also ist einfach ein schönes Instrument. Jetzt spiele ich euch ein Lied vor, und zwar Play von Alan Walker. Hier kommt mal kurz ein Einschnitt von dem Lied, damit ihr wisst, wie sich das anhört. Das war die Musik von Alkohol. Da war ein Halbisch, ich bin mit der Gitarre und der Gitarre und der Gitarre und der Gitarre. Und zwar bei mir in der Gitarre, ich bin mit der Gitarre und der Gitarre und der Gitarre und der Gitarre und der Gitarre. Musik 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 Musik